Hallo, mein Name ist Bettine von Arnim. Ich bin Schriftstellerin und außerdem politisch interessiert. Für Frauenrechte, gegen soziale Ungleichheit und so. Mein Bruder Clemens Brentano ist ein bedeutender Lyriker. Und ich bin Wilhelm Grimm. Bestimmt habt ihr schon mal von der Märchensammlung gehört, die ich zusammen mit meinem Bruder Jakob herausgegeben habe. Unsere liebe Freundin Rahel von Warenhagen lässt sich entschuldigen. Sie hat heute zum Tee eingeladen. Wir laden euch ein zu einer Zeitreise in die Epoche der Romantik. In unserem virtuellen Escape Room Zeitraum Brentano erwarten euch geheimnisvolle und märchenhafte Welten und spannende Rätsel. Öffnet die Türen zu fünf fantastischen Räumen und taucht ein in die Zeit des 19. Jahrhunderts. Sucht nach der sagenumwobenen blauen Blume und romantisiert euch. Also nicht lange zögern. Meldet euch gleich an und kommt zu uns in den virtuellen Escape Room. Zeitraum Brentano. Wir freuen uns auf euch!